Da geben wir mit keine Chance. Leute, kommt's, Leute. Wir haben einen Weizen. Wir haben einen Angriff. Wenn du gegen mich bist, gib mal den Titoch auf. Ey, englisches Gesicht. Hör mir mal zu. Hört dich immer noch Vater. Sag einfach Vater. Sag einfach Vater. Ich bin der Vater, ich weiß. Hallo, mein Sohn, ich hab dich in McDonalds erzeugt. Für Appeltasch hab ich dich verlassen. Ich bin immer noch dein Vater. Weißt du, ich mein so. Ich hab dich in McDonalds wie viel Appeltasch hab verkauft. Ab und vorhin bin ich dein Vater. Mein lieber, ich hab dich sogar schon mit Hamburger geschickt. Ich bin immer noch dein Vater. Sein Gott sogar. Ja, aber und? Ist mir doch scheißgal, wo ihr am Mund hältst. Ey, ich bin einfach aus dem Faden. Leitgegen, weiß ich mein. Faden. Ja, du wie diejen drauf ist. Jetzt komm, das Clifford. Batsch. буде schüt. Batsch. Geha'. Wir haben eine Nachfrage geholt. Wir gehen hier auf. Wir sind hier an, wir gehen. Geht dir. Nein, wir gehen. Nein, eine 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 eine. Was wir machen? Wir machen eine 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 andere. Okay? Das ist aber doch nicht. Wir machen eine 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 andere. Nöte ich dir, was schon wollen? Auf der anderen Seite. Was he? Was soll ich das tun? Was soll ich machen? Alles ist es das? Ich sag, 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 sag... Ich sag, sag, sag. Ich sag, sag, sag. Ich sag? Amgen, ich bin ein bisschen zufrieden. Ich habe mich nicht zufrieden. Ich habe mich nicht zufrieden. Wie geht's? Und ihr? Wie alt bist du? Wie bitte? Wie alt bist du? 30. Du? 19. Aber du gehst gut aus. Danke. Ich bin der Kaffschulelehrer. Was ist das? Ich bin der Kaffschulelehrer. Der sieht dir voll ähnlich. Der sieht dir voll ähnlich. Der sieht dir voll ähnlich. Nein, der ist hübschere, aber homosexuelle. Ich bin der wahre Mann im Haus. Ich fasse der Haushalt. Er ist zwar hübsch, aber der ist kein richtiger Mann. Keine Universität, der weiß ich. Was sagst du? Aber du bist hübsch, du bist hübsch. Was machst du noch? Ich bin auf Hochzeit. Warte mal. Ich habe für dich ein Lied vorbereitet. Ich habe für dich ein Lied vorbereitet. Okay? Bin ich mal gespannt. Wie ist dein Hochzeit? Wie ist dein Hochzeit? ... Up-Fat-Heinz ... Deine Frau ist schwanger in 9 Monaten jetzt. Bitte? Interessant. Warte mal... ... Ist deine Frau schwanger im 9-ten Monat? Meine Frau ist schwanger. Wir kommen im Orschke." Keine Frau bitte. hast du deinen sohn geschlagen noch mal schau mal ich mach das nicht reden aber nur also schon es Vielen Dank. Was sind das für schwule Tanzmoves? Das sieht ein bisschen schwul aus. Das sah 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 ein bisschen schwul aus. Kennst du Adam Yashari? Der ist mein Vorbild. Ich bin auch Albana. Für dich würde ich sogar in Serbien gehen. Für dich mache ich alles. Kennst du Adam Yashari? Bam bam. Mala senin prekin var yarram senin gibi alıştın. S答ung şey deyelim yarram. Abi çıkmaz. Ne diyorsun? Aha hemen. Oğlum şu adam ne istiyorsun? Ben senin fahal güreklini güreklösünü sikyiyim. Hey, da schreiben so viele, ich sollte dich mal nach deinem Sohn fragen. Hallo, Junge. Hallo, Junge, Junge, Junge. Junge, 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 Junge.